wollen wir noch irgendwas aufbauen bevor ich gehe das mit den solar panels wäre echt schick und da wir hier eine komische alternative ecke haben die recht unsymmetrisch ist haben wir jetzt hier noch eine von den fabriken hin die wir nicht haben also machen es mit einer normalen fabrik hier 12 du stellst bitte her solar panels du stellst bitte her markus ja mach mal also du brauchst batterien und eisenplatten dafür brauchst du blaue kisten zwei stück und passive kisten zwei stück mal wieder weg so blau blau rot rot zack 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 du hättest gerne eisenplatten und stück was andere batterien und batterien und ein stück und du fühlst dich bitte bis da du brauchst anderes zeug du brauchst grüne chips stahl und kupfer grüne chips stahl und kupfer bevor ich es vergesse und jetzt können wir so wundert stellen beschädigt eine mauer sie stimmen genau das kriegst du alles geliefert stellst das hin schmeißt es da rein alles ist gut so und ich beschränken wir auch mal auf drei stacks ich weiß nicht wie hoch akkus und solar panels decken aber müsste okay sein ja das lassen wir jetzt arbeiten und dann suchen wir uns jetzt schöne neue opfer dafür brauchen wir allerdings wieder munition ich überlege gerade ob ich vielleicht doch wirklich ein komplex bau für die module hier haben wir noch so schön viel platz das heißt wir hätten jetzt hier eine fabrik ist sehr komisch aussehen aber deshalb so ja das müsste so hinhauen du brauchst bitte speed module aus dafür grüne chips rote chips ok du brauchst mit detect zwei speed module brauchst du rote chips und blaue chips ist okay du brauchst bei detect drei speed module da kommen die alien attraktiv wieder ins spiel aber okay so kisten requester chests überall hinsetzen ja hilft nix wir brauchen drei requester chests und eine stahlkiste am ende wo das ding rauskommt was wir gerne hätten du nach da du nach da du nach da dann befüllung füllung 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 da kommen die quester chests hin du musst nie aufhören also die stellen wir ein mit grünen chips roten chips jeweils 100 und auf einen stack beschränken bitte wenn ich warte mal dass hier die kröße ist egal dass darüber dass darüber du nächste kiste du bekommst jetzt die tech 1 module brauchst du noch rote und blaue blau und rot reichen 50 für nicht zu viele auf einmal binden 50 50 du brauchst ebenfalls rote und blaue die alten und ein alien artefakt die welcher von hand reinlegen so also wie viel braucht man davon 50 1 2 3 4 5 1 ist jetzt schon drin denn rot und blau 50 immer wieder geschossen 50 genau das gleiche müssten wir das ist jetzt doof aber egal naja es geht nicht auf können wir das so machen ich brauche noch mehr fabriken aber ich glaube ich könnte genau das gleiche für die grün module auch bauen die werden dieselben ressourcen brauchen ja genau das gleiche heißt wir könnten das so mobsen dann rüber transferieren und wir nehmen einfach einen langen arm sieht jetzt doof aus aber es wird zu diesem zeitpunkt relativ egal ich will noch eine super tolle rüstung haben und dinge töten da so du klaust dir von da die ressourcen die du brauchst stellst bitte zweier dinger daher dann haben wir die fabrik noch ja fabrik dahin jetzt kannst du hier wieder so einen benutzen und du nimmst von da nach da und du brauchst jetzt fünf er hatte faktum mehr kriegst hier ein paar chips gesponsert von mir so 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 du bist bitte hier die da du wartest jetzt dass die da unten fertig werden genau also die produzieren wenn die prozent produzieren und ein output bräuchtest du auch noch so das müssen wir jetzt eigentlich in ruhe lassen können und im absoluten idealfall haben wir am ende 53 davon 53 davon was recht unwahrscheinlich ist wahrscheinlich wird irgendeiner davon schneller sein und dem anderen ressourcen wegnehmen also habe ich noch mal ein paar davon rein so und wir gehen jetzt töten wahrscheinlich genau zu dem zeitpunkt wo gleich nacht wird und da ist eine schöne basis munition 23 magazine unterwegs ein paar gehen hier durch machen hierzu keine waren keine wand und wenn wir wiederkommen ist hoffentlich irgendwas davon schon fertig und die forschung wo müssen wir lang wir müssen nach nordosten die ist ganz schön da dran unserem erz 2 ist die neu oder haben wir die aus irgendeinem grund vorher das waren ganz viele würmer ok deswegen haben wir sind ruhe lassen das sind einfach nur schweine viele würmer die tierisch nervig sind aber okay wir haben ein zwei davon gebracht gut und ist ein stoßtrupp komm mal her ihr baut keine neue basis nicht mit uns ein billigen rum geht ist nicht so super spannend das kampf system also gerade weil es recht viele möglichkeiten gibt es auszuhebeln mit langstrecken waffen als rakete und sobald man einmal die schilde hat kann man genauso machen wie ich man muss nicht mehr jedes mal einen wurm töten es reicht wenn bei jedem rankommen ein schadenspunkt macht irgendwann knackt man so die basis dann müssen sie irgendwas einfallen lassen also vielleicht eine regenerationsfähigkeit von allen gebäuden oder stationären einheiten wie die würmer zum beispiel das wäre eine gute idee also gar nicht für den spieler natürlich aber fürs balancing wäre es glaube ich eine ganz schicke sache es wird wieder dunkel ich würde gerne mit meinem auf dem rücken geschnallten fusionsreaktor lampen betreiben können die in der umgebung stehen das wär's doch es gibt so viele komische fliegende roboter haben wir nicht irgendeinen fliegenden roboter der licht macht oder ein t2 nachtsicht gerät das wäre noch schön also man wirklich im dunkeln sehen kann ohne dass alles so tierisch nervigen grünton hat so einen dezenten hellblau layer drauf mit fünf prozent oder so das reicht dann also helligkeit als wenn es tag wäre und dann so ein fünf prozent blau layer drüber das ist ja völlig okay das wäre super duper so ich glaube beim nächsten anlauf kann ich da durch rennen munition ist fertig gut wollen wir denn noch was herstellen während wir hier runde bilden solar panels machen maschinen für uns akkus immer maschinen für uns haben wir genug repair packs ja bau mal mauern ach so und leser genau da können wir auf dem rückweg erz 2 ein bisschen präparieren schon raffinieren sagen ja sehr gut ihr kommt mit räumen wir hier weiter auf da steht nämlich komischerweise mitten in der pampa weiter um eine schöne kleine basis kommt man ja eine weg würmer weg zwei wenigstens lalala ich frage mich wie das näher wirklich mit der mk2 rüstung ist weil ich meine wir können ja so innerhalb von paar sekunden schon sein schild aufladen muss richtig krass werden batterie neigt sich langsam im ende aber ist ok großer worm ist kaputt und gewonnen und ich glaube damit könnten wir jetzt schon genug erinnerte fakte haben für die t3 module und die rüstung selber alles kaputt mitnehmen 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 da ist eine gerastige basis aber ich gucke sie mir mal kurz an aber wie gesagt wir können theoretisch alles knacken aber sind sind nicht viele würmer ich habe auch mehr moni ja also es sind nicht viele würden aber sind viele spawner ich drehe man kreis ich drehe man kreis oh spawner weg spawner weg oh 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 ok ok lala Lauf Weiter laufen Das wird eine ganze Ecke dauern Oh, ich kann jetzt mal mit dem Bahntrick versuchen Also ich loge sie jetzt zur Bahn und muss dann bloß maximal 2 Minuten warten bis die Bahn kommt und sie wird im taktisch günstigen Moment da rüber ziehen Ich glaube ich nutze lieber die Türme hier unten Genau, komm mal her Hier rum, da rum Ich hab hier rum Genau Oh, ich glaub ich hab grad eine Strecke zerstört Oder? Ne, ist okay Alles gut, alles gut, alles gut, okay Zurück zur Basis Wir haben 2 Spawner zerstört Das heißt, wir müssen uns gleich wieder so einen komischen Tanz machen Aber mit ein paar weniger Gegnern hinten dran Wir haben noch 19 Magazinen Also müsste das soweit okay sein Ganz schön viele Leichen hier rum Und da Genau Genau Kommt alle her Kommt alle her Ein Spawner kaputt Zwei Spawner kaputt Vier Spawner kaputt Und jetzt laufen Und irgendwie Irgendwie wird die Powerarmor MK2 nicht fertig Lila Tränke stehen wir hier und schmeißen wir rein Hätte eigentlich genug sein müssen Gucken wir uns gleich an Wenn die Basis kaputt ist und wir das eingesammelt haben Schauen wir mal, wo da jetzt der Haken ist Und wie weit die T2 Die T3 Module geworden sind Wobei ich mir nicht so viel Hoffnung mache Das hat ja schon Stunden gedauert im Spieleinventar Und ich glaube, die blauen Fabriken sind nicht so viel schneller als das Spieleinventar Die gelben ja, aber die blauen ja Oh Ruckele ist nicht gut Nicht gut für meine Nerven Aber es war wohl ein Autosave So, hoch Würmer töten Nein Ja, 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 ja Da ist unser Lebenspunkt balken Hallo, Lebenspunkt balken Also wird schon wieder dunkel So Letztes Mal runter Aufsammeln Ab nach Hause Hier könnten wir auch einen kleinen Also theoretischen Ölaußenbau Posten machen Mit den Ölfässern Die dann in die Bahn gestopft werden Nach Hause gebracht Theoretisch ja So Das ist mehr als genug Von den Dingern Okay Also Ab nach Hause Auf dem Rückweg noch bei Erz 2 Ein paar Türme platzieren Und Mauern Und Eine Radarstation Wenn das Ding noch am Stromnetz angeschlossen ist Was das hier sein muss Sonst schießen die Lasertürme gar nicht Also eine Radarstation Und Türme dahin Komm Durch Die Bappe ich einfach mal Hier hinten hin Schön zentral Dass die Beißer nicht so schnell rankommen Mauern So Irgendwo war hier noch eine Lücke gewesen Naja Nicht wirklich Da kommen die Bomben Beißer nicht von hinten rum ran Oder Dann mach ich trotzdem mal zu Da 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 Jetzt müsste das hinhauen Und Den Rest Verband haben wir hier Das hinhauen Das hinhauen